Yo Leute, was geht's? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele wieder mit Magikraft, mit dem ich das letzte Mal dabei war. Der das letzte Mal dabei war, wo wir zweimal hintereinander im Poster wurden. Wenn du einmal reingemacht hast. Doch, zwei. Echt? Ja. Hast du dir etwa nicht das ganze Video an? Doch. Okay, ich hab zwei gelegen. Ja, hab ich wohl gespielt. Hä? Okay. Okay, so. Machen wir Karten, zwei. Verdammt, nicht erst drei. Aber Second Try. Ich bin gut. Ja, Second Try. Ach nein. Okay, Electrical Ball. Erstmal nicht mit unsichtbar machen. Mann ey, hör auf, das ist unfair. Ich reporte gleich. Geht doch nicht als Geist. Doch. Loll. Jetzt mal wieder die Mods vom Start. Achso, ne, ich meinte, ähm, hier. Äh, den Bug, mein ich. Simon Says. Ja, Magikraft, 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 Magikraft. Yellow. Yellow. Alec, okay. Aber als ob du zweimal hintereinander im Pasta bist. Ich schon hintereinander. Ja, okay. Ja, okay. Was für purple. Okay. Okay. Nein. Junge, mach das nicht. Mach das nicht. Ich glaub, der ist AFK. Ich glaub, der ist AFK. Lost. Mal gucken. K-Pass. Ja. Oh. Ich will die Runde trotzdem drin lassen. Ja. Das ist nice aus, dass du auf einmal gekippt wurdest. Ne, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Wir starten jetzt mit dieser Runde. Ich muss gleich noch eine Anmoderation machen, wenn ich, ähm, weil, ja, weil die Runde wird wahrscheinlich nicht so cool sein wie die anderen. Wie die andere eben? Nein, die war überhaupt nicht cool. Okay, Elektrikol. Blue. Blau. Ja. C-Mate. Ich bin ein C-Mate. Ach so, da ist diese Map. Okay. Wenn ich mal eine andere Map. Für Impostor ist diese Map richtig scheiße. Wenn ich jemanden Wände sehe, ich bin direkt weg. Dann geht diese Wände Kalappe auf. Kalappe. Egal, ich habe hier noch eine Aufgabe. Aber guck mal, er hat auf den Report-Button gedrückt. Orange, okay. Komm, wir hören jetzt auf Rot und Rot und Orange. Okay, aber danach ist Rotstag. Ja. Wenn Orange not, it's red. Nee. Okay, das heißt? Das heißt, wenn Orange es nicht ist, dann ist es Rot und dunkelgrün. Okay, kann aber trotzdem immer noch Rot sein. Kann Rot natürlich Kollege sein. Ja. Ich finde die Glastien cool. Boah, Junge. Die vibrieren voll. Hä? Nee. Jetzt wird die vibrieren voll. Okay, Code eingeben. Okay, Lights werden gefixt. Was mach? Ich muss nur noch zum Reaktor. Ich muss auch zweimal zum Reaktor. Ich hab halt einfach nicht. Nein. Ich muss nur noch diese, woran die Steine in die Pisse legt. Nein. Ich muss jetzt mal... Achtung, Rot ist bei mir. Das heißt, wenn die Gruppe ist wirklich Rot. Okay, da bist du. So, ich mach noch Skrungleitung an. Mann! Wom gehst du? Nein. Unter mir. Machst du? Ja, ich auch. Das ist mein Reaktor. Da muss ich nur noch die Spiegel auch. Ja, ich weiß. Ja. Nice. Hab alle. Ich auch. Boah, ich dachte schon, ich bin tot. Ich auch. Nö. Okay. Rot kann natürlich Trosti sein. Kukumbas. 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 Ja. Okay. Das ist ja... Kukumbas. Kuling. Why? Ja. Das. Das. Cukumbas. Das ist, glaube ich, der Deutsche, ne? Ja, hat er doch geschrieben, das. Ja, stimmt. Was? Das. 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 aufgaben mehr das ist aber bestimmt nicht rot macht aber task ja grot läuft genau dann los wenn nicht aus ist ja es ist rot ja ich auch warte es ist rot he run when lights go out ja mich auch also hey das wird jetzt so scheiße okay entweder also ich bin es wirklich nicht okay komm wir laufen warte lauf du mit ich bin gelb ich bin gelb ja lauf du mit lila weil ich bin mit ja okay es ist gelb es ist ich meine lila es war wirklich gelb ich bin gelb okay nein warte wie viele sind wir 1 2 3 4 5 6 es gibt nur einen imposter das heißt genie spdreich ach man okay auto ring an okay rot ist safe rote ist safe 7 3 4 ja warte oh ich möchte dir zeigen dass ich ansass bilden ja okay tschüss äh raphael raphael okay das sind irgendwie alle kreditnummer ich mach jetzt hier er macht jetzt wieder die lights aus ist halt super witzig als ob hier niemand ist ich hab eine okay ich bin bald tot warte ich bin bald tot ich bin bald tot ich bin bald tot du kommst morgens die vor du kommst Du kannst natürlich sein. No. I'm not. Hm, glaub ich dir oder glaub ich denen. Junge, guck mal, wie ich mich verteidige. I'm not. Why me? I'm not. Digga, lass es was. Wen hast du? Wen wählst du? Junge, ich wähl gelb. Hm, I'm... So. Ich hab gedacht, du musst das nehmen. Danke. Am Ende bist du es doch. Nein, ich bin es nicht. Um geht's hier. Hä? Junge, ich kann nicht aus der Aufgabe. Okay, nein, ich mach unten. Hm, 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 hm. Hä? Ja, okay. Ich weiß, wie die kommen halt jetzt. Ich weiß, wie die kommen nicht auf die Sonne. No. Komm, wir voten jetzt. I never. Ich glaub, die sind zusammen und wollen, entweder ist einer, ja, guck mal, weil die beiden sind vielleicht in einem Raum und die, wir beide, ne? Und vielleicht wollen die einfach mich raushaben, weil einer von denen im Poster ist. Wohin, gehst du. Danke. Ich bin ein Capture. Ich hab' ich nicht mehr gesehen, bitte nicht. Ach, ich schlief einfach. Tschüss. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann morgen. Nee. Ach, keine Ahnung, vielleicht morgen, weil vielleicht kommt morgen ein Fußball-Video. Vielleicht noch nicht, wenn alles klappt. Dann sehen wir uns gleich morgen wieder. Ach, 18 Uhr. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020